Servus Freunde und willkommen zurück bei Shisha WG. Heute geht es wieder weiter, der nächste Part von den Community Kopfbau Videos. Ich habe wieder einige Videos von euch bekommen. Wir schauen uns wieder die nächsten an, nach dem Intro. Also wir gucken mal rein beim Philipp. Wir sehen eine schöne Hooker, John Harvey, die Bowl. Sehr, sehr geiler Kopf. Brauche ich auch gerade. Handgemacht und illegal, sehr nice. Brauche ich auch gerade. Da sehen wir auf jeden Fall noch die Verpackung vom Lotus 1 plus Nieres. Auch sehr, sehr nice. So, als erstes rühren wir das Ganze um, um die Molasse schön zu verteilen. Wunderbar. Erster Schritt auf jeden Fall schon mal richtig. So, also man kann das Ganze jetzt mit der Gabel reinmachen. Man kann es aber auch wie er einfach locker fluffig vom Dosenrand reinballern. Das ist aber sehr wenig Tabak, Digga. Also wenn er so wenig Tabak reinmacht, dann müssen wir noch einige Ründchen drehen. Also das ist sehr, 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 sehr wenig Tabak. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Uff, er stellt die Tabakdose weg. Das kann es aber nicht gewesen sein, oder? Das wäre massiv. Versteht ihr alle? Massiv. Entschuldigung. Also entweder hat er die flachste Harmony Bowl, die ich jemals gesehen habe. Wir sehen ja überall noch Lücken. Hier ist Lücke, da ist eine Lücke, da. Hier hinten ist noch eine Lücke. Also wie gesagt, sehr wenig Tabak. Hätte ich, glaube ich, mehr reingemacht. Er hat es schön verteilt. Also vom Verteilen her macht er es gut. Aber wenn, also ich weiß halt nicht, wie flach das. Das ist immer ein bisschen schwer zu sehen von der Ansicht, so von oben. Wie flach oder tief seine Harmony Bowl ist. Aber entweder er hat eine sehr, sehr flache, oder er raucht ein krasses Abstands-Setup. So, rand schön sauber machen. Das könnte sogar ganz leichter Noppenkontakt sein. Verrückt. Also seine Harmony Bowl auf jeden Fall sehr, sehr sparsam. Für so einen breiten Funnel. Lotus 1 plus Nier ist oben drauf. Hm, Kuss geht raus. So, na gut, wir sehen es jetzt leider nicht so. Oh, wie schön man da den Tabak noch durch die Schlitze sieht. Wunderbar. Was ist das für eine Pfeife? Ich hätte erst gesagt MIG, aber der Bowl-Hals ist ein bisschen zu lang. Das ist keine MIG, oder? Ist das eine MIG? Was ist das für eine Pfeife, Digi? Da hängt auf jeden Fall noch ein Zertifikat hier. Doch, ist eine MIG. Ah, okay. Ah, okay. Dann kenne ich nur dieses MIG-Modell nicht. Mir kam der Hals von der Bowl so lang vor für eine MIG. Ich kenne MIGs eigentlich nur, die sind maximal so hoch, würde ich sagen. Aber gut. So, anrauchen. Also, wenn das noch anrauchen ist, dann schon mal sehr gut. Ja, aber ein bisschen sollte noch gehen. Ich hätte ein bisschen mehr Tabak genommen, glaube ich, an seiner Stelle. Aber wenn er Abstand rauchen wollte, dann geht das so klar. Also, langsam geht die Rauchentwicklung bei einem Kollegen auf jeden Fall klar. Ja, also für Abstandsrauchen, und die Menge Tabak, die er reingemacht hat, ist das auf jeden Fall in Ordnung von der Rauchentwicklung. Ich hätte bei dem Kopfbau tatsächlich ein kleines bisschen mehr Tabak reingemacht. Ja, es war schon sehr abstandsmäßig. Es war fluffig. Es war schön verteilt. Aber ich hätte wahrscheinlich noch auf Noppenkontakt oder sowas gebaut. So, es gibt die KIFS. Ghetto-Cola in der Mami-Bowl. Erstmal umgerührt. Dann locker fluffig rein. Einfach Rinder. Er hat ja eine Unterlage drunter. Alles cool. Da kann man auch so eine Zero-Fucks-Given-Taktik fahren und einfach reinschaufeln. Mache ich auch manchmal. Den Rest kippt man dann gerade wieder in die Dose und gut ist. So, er schaufelt erst mal von innen ein bisschen den Rand frei. Jetzt das Ganze von außen. Also, sehr nice. Er macht dann das schöne Donut-Setup, wie man das in der Mami-Bowl so machen muss. Ich glaube, da hat er nochmal ein bisschen Tabak raus. Das ist nämlich wirklich ein bisschen viel Tabak. Also, es wird auf jeden Fall ein gutes, gutes Vollkontakt. Ja, aber schön den Rand außen frei machen, den Rand innen frei machen. Sieht sehr, sehr nice aus. Ja, sehr, sehr nice. Das Vollkontakt-Setup auf jeden Fall. Ordentlich voll der Kopf. Da kann man nichts sagen. Cut-Out Lotus 1 Plus obendrauf. Wunderbar. Schön mittig, vorsichtig platziert. Einen Daumen nach oben gibt es auch noch. So, die KF-S. Schön Outdoor in die Outdoor-Lounge. Wunderbar. Oh, das sieht nice aus. Schön hohe Wände. Sky-Finn-Sichtschutz. So, Kopf auf die Pfeife. KF-S. Schön in dunkler Optik. Drei Kohlen sind schon auf dem Kohleanzünder. Einmal wenden, damit es schneller geht. Und da seht ihr schon, bei dem Toaster so, die Kohlen brauchen auch teilweise relativ unterschiedlich lang. Zwei Kohlen drin. Okay, wir bleiben auch erstmal bei zwei Kohlen. Sieht irgendwie chillig aus, der Balkon. So, der eine Plastikstuhl könnte weg, aber abgesehen davon, sehr, sehr nice ist Ding. So, Rauchentwicklung sieht man halt jetzt leider nicht so gut, weil Outdoor... Okay, also wenn er vor der Kamera vorbeipustet, da war das schon ganz gut Rauch. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das ist der Kopfbau hier vom Timon. Nach dem Timon kommen wir zu David. Mit Ton und die Kameraqualität sieht auch sehr, sehr nice aus. Also, wir sehen schon mal einen Hotshot-RT. Ein Kopf, der früher sehr oft geraucht wurde. Mittlerweile gar nicht mehr so oft in Gebrauch. Aber wir hören mal rein, was der David sagt. So, willkommen zusammen. Wir schauen uns jetzt deinen Kopfbau an für eine kleine, kurze Session für die Shisha-WG. Und so wird heute gebaut im Hotshot-RT, ja. Natürlich perfekt für eine kleine Session. Also, ich meine, dieser verbraucht echt wenig Tabak. Entsprechend hier bleibt Nana. So wie es sich für einen Shisha-WG-Zuschauer gehört. So, wir rühren hier um. Das wird der letzte Kopf für diese Dose tatsächlich. Also, wird der ordentlich feucht werden. Er baut mit der... Ne, es sind einfach zwei Schatten erbaut mit einem Stäbchen. Schön locker fluffig vom Dosenrand rein. Oh, da ist die Black-Nanadose aber schon gut leer. Ich glaube, ich muss die Kreditkarte herausholen für die letzten Stückchen. Oder, wie von der Shisha-Mudi-Volle-Schlangen, einen Kuchenspachtel. Oh ja, da fehlt noch ein bisschen Tabak. Ja, das kriegt man halt mit diesem Stäbchen auch einfach nicht so nice raus, ne? Ich glaube, ich brauche einen Kuchenspachtel. Ohne Löffel. Also, jetzt ist der Spachtel am Start. Nice. Da hängt aber noch einiges in der Dose. Da kriegt man aber noch gut was. Aber es sollte schon fast reichen. Kommt drauf an, was er haben will, ne? Ich weiß ja nicht, mit welchem Aufsatz er jetzt raucht, aber hinten dran ist ein One-Smoke. Ja, da schön den Rand frei machen. Genau, das Tabakblatt hat mich die ganze Zeit noch getriggert. Ja, ja, jetzt geht der noch mal schön drüber. Nice. Ja, beim Hotshot muss man halt auch drauf achten. Es ist sehr, sehr fummelig. Ihr habt ein sehr kleines Depot. Ihr wollt eigentlich super fluffig bauen, aber ihr müsst halt auch höllisch aufpassen, dass da nichts über den Rand steht oder so, ne? Das ist schon, schon ein bisschen tricky. So, so schaut das Ganze jetzt aus. Fokus hat kein Bock. Der hat schon Feierabend gemacht. Ah, er ist schon sehr pastig und sehr, sehr feucht. Ganz leicht über den Rand gebaut. Und geraucht hier sauber. Nice. Und geraucht wird das Ganze zusammen mit einem Octopus Plankton. Ist der hier. Nice. Und jetzt treffen wir uns gleich wieder. Wahrscheinlich einer der besseren Einkohleaufsätze, würde ich sagen. Rauchen. Keine Ahnung, ob man was sieht. Jetzt rauchen wir mal zusammen. Nice, sogar mit Ansteckmikrofon und so. Sehr, sehr nice. Und auch geile Pfeife. Das ist ein Smokelabs R mit der kleinen Egebowl, glaube ich. Äh, kleine Flasche müsste die heißen oder so. Aber sehr nice Setup. Also die Smokelabs ist super geil. Sieht auch sehr gemütlich aus. Ich feiere hier diese asiatischen Kuscheltiere. Das ist ein bisschen Klischee. Du bist mein Lieblingsmensch. Aber ist süß. Kohle liegt seit zwei Minuten drauf. Und an diesem Schlürfen vom Kopf könnt ihr schon erahnen, dass da jetzt der Tabak nicht sehr gepresst ist. Es ist halt sehr feucht. Es ist halt der Rest vom Tabak. Das ist dann eher so Pastemäßig fast. Als Tabakmäßig. Dann passiert das halt. Also drei Züge. Dann ist das Ding an. Ja wunderbar. Also für drei Züge echt nice. Also dafür, dass er noch geschrieben hat, die Rauchentwicklung wäre nicht so nice. Ich finde es absolut okay. Also so ein Tonkopf-Kamin oder so, da würde jetzt auch nicht mehr rauskommen. Finde ich absolut solide. Genau. Geraucht wird in der Smoke Labs Air Launch Edition. Carbon Anschluss, Carbon Rauchsäule. Iggy Glass Bowl. Kleine Flasche. Carbon Rauchsäule, Carbon Tauchrohr und Schlagadapter. Tauchrohr sieht man natürlich nicht so gut. So wie Butterfly Teller. Sehr nice. Im Hotshot RT mit Octopus Plankton und Black Nana. Sehr nice. Geht auch vollkommen klar. Dann kann ich locker eine Stunde rauchen. Also meistens eine Stunde. mit Komoden Zügen zwischendurch. Immer wieder mal beim Serien schauen oder so. Komoden Zügen? Da kann ich nur wärmstens empfehlen. So, jetzt machen wir noch kurz die Seiteladensicht. Leider ohne Fokus, aber sehr... Ah doch, da ist er sehr nice. Ja, geht doch absolut klar. Also für einen One Smoke und einen Hotshot RT ist das doch nice. Ja, geht doch absolut klar. Das passt. Ja, würde ich auch sagen. Alles klar. Dann, viel Spaß beim Reagieren. Danke dir. War auf jeden Fall ein sehr solider, sehr solider Kopfball. Hat mich gefreut, dass du mal ein anderes Setup genommen hast. Ich freue mich natürlich auch über jeden Oblak QM mit einer Smokebox, den wir hier sehen. Aber es ist auch cool, wenn mal was anderes gezeigt wird. War sehr nice. War ein guter Kopfball. Wäre der Tabak nicht so feucht gewesen, wäre bestimmt auch noch ein bisschen mehr Durchzug da gewesen. Das war nicht, weil schlecht gebaut wurde oder so. Das ist halt einfach so. Die letzten Reste aus so einer Dose können halt einfach sehr, sehr feucht sein. Aber wunderbar. So, wir gucken mal rein beim Dominik. Wir sind anscheinend im Garten, in der Garage. Da muss wohl der Tabak gelagert werden. Aber erstmal holen wir uns die Kohle. So, was haben wir für einen Tabak genommen? Wir haben Maridan, Tingeltangle und was ist das unten drunter? Hat man noch nicht gesehen, welche Sorte es ist. Was ist das denn? Warum brennt das denn? Holy shit. Was ist das für ein Monster-Cola-Anzünder, Digga? Das ist ja eine wilde Kombi. So, wir brauchen mit einer Amirs 300, KS Apo und der Faded Kamin. Das ist auch das Standard-Amymon-Stück. Ist auf jeden Fall nice. Pfeife geht klar. Das ist eine Edelstahlpfeife. Optik muss einem halt gefallen. Für mich wäre das jetzt nichts mit den Stacheln. Aber bin mir sicher, da gibt es genug Leute, die das bestimmt feiern. So, oben drunter. Ah, okay. Cold Peach. Cold Peach haben wir noch. Gebaut wird mit einem Schraubenschlüssel, aber geht wunderbar. Hatten wir aber auch noch nicht. Den Kopfbau mit einem Schraubenzieher. Ach, sogar in rot. Krass. So, wir sehen die Mischung. Er hat es schön locker in den KS Apo gehauen. Alter, das ist ja wild. Das ist ja wirklich wild mit den Apo. Das ist riesig. Ah, okay. Er holt es nochmal raus. Schüttelt es nochmal durch, um das Ganze miteinander zu vermischen. Kann man machen. Kann Vorteile haben. Also bringt vielleicht nochmal ein kleines bisschen Vorteil. Beim Mischen ist es auf jeden Fall nice. Mache ich vor allem, wenn verschiedene Tabaksorten super unterschiedlich sind. Ja, also wenn ich irgendwie einen super groben Burley mit einem feineren Virginia mischen würde, weil Burley braucht mehr Hitze. Virginia braucht weniger Hitze. Grob und fein wird auch unterschiedlich gebaut. Dann mische ich das vorher einmal durch. So, also er hat sein Tabak gemischt. Dann wieder in den Kopf. Jetzt noch ein bisschen verteilen. Ja, ohne viel drücken. Möglichst fluffig hin und her. Sehr nice. Sehr nice. Ja, ist auch okay, dass wir mal wieder ein Apo sehen. Wie gesagt, Leute. Ich sage zwar immer so, ich rauche am liebsten mit Funnel und HMD und das ist für mich das einzig richtige und einzig wahres Setup. Aber Leute, wenn ihr happy seid mit dem KS Apo und Kamin, dann spricht auch absolut nichts dagegen. Wenn ihr zufrieden seid mit den Ergebnissen, dann ist das wunderbar. So, ungefähr randhoch gebaut. Kamin kommt drauf, sitzt relativ hoch. Deswegen geht das auf jeden Fall klar. So, in der Zwischenzeit sind unsere Kohlen gut. Packen wir schön oben auf den Kamin drauf. Ah, da ist auch noch der Pool im Hintergrund am Start. Sehr nice. So, Kohle ein bisschen. Ja, doch, zum Anrauchen Kohle auf dem Kamin kann in die Mitte. Kann man machen. Da wird noch ein bisschen angepustet, damit die Kohle auch richtig, richtig an ist. Aber die sieht sehr gut aus. Also müsste man jetzt eigentlich nicht unbedingt noch pusten. So, Kaminröhrchen raucht ein bisschen. Heißt hoffentlich, dass das Ding gut an ist. Willkommen an alle neuen Abonnenten. Ist so, Pierre. Willkommen an alle, die gerade ein Abo rausgehauen haben. So, Rauchentwicklung. Wir sehen uns leider wieder nur aus der Ego-Perspektive. Aber sieht sowohl bei Mantle. Okay, okay, mehr sehen wir leider nicht vom Rauch. Aber trotzdem, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Eidko hat noch ein Kopfbau-Video am Start. Gucken wir uns auf jeden Fall noch mit an. Bei der Shisha-WG, wir zeigen uns heute unseren Funnel-Kopfbau. So, wir sind gespannt. Was haben wir für einen Funnel? Das müsste ein Hukain sein oder so. Könnte zumindest. Ich sehe es nicht so genau. Ja, locker, fluffig rein. Bisschen verteilen. Vom Rand weg, vom Funnel noch weg. Bisschen andrücken. Also es wird, wenn sie mit Smokebox rauchen, eher Noppen-Kontakt, vielleicht sogar ein Abstand. Okay, mit Alufolie. Zwei Lochungen rundherum. Wunderbar. Pfeife kenne ich jetzt nicht. Kaminsieb obendrauf. Drei Kohlen angemacht. Auch wunderbar. Also echt richtig kurz und bündig. Ja, Rauchentwicklung. Sieht nice aus. Ringe sind auch am Start. Mashallah, Jungs. Ja, war nice. War nice. Easy peasy. Sehr, sehr fix. Sehr, sehr gut. Leute, wenn ihr dieses Kopfbau-Reaction-Video sehr, sehr gut findet, dann auf jeden Fall gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Eure Shisha-WG. Eure Shisha-WG.